Hallo Leute, heute gibt es für euch die Veko Goldraketen im Test, gekauft aus dem Lidl. Es gibt Goldrakete 1 und 2 und ihr seht heute beide, also viel Spaß! Goldrakete 1! Die war krank, die war nicht laut, aber die war geil aus der Hand hinten. Goldrakete 2! Die war lauter als die erste. Ja, das ist ein kleines Lams. Das ist... Die war... Untertitelung des ZDF, 2020